Grüß euch Leute, willkommen zurück bei... Mein Gott, gibt's hier viel Eisen? Minecraft. Ja, mit diesem Satz hatte ich die letzte Folge beendet. Aber es stimmt schon, es ist hier einfach unnormal viel. Wo ist das? Das hat er. Oder sind das immer nur einzelne Brocken? Dann ist es nicht so viel. Wobei, allein... Na, es ist schon auf jeden... Ha, 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 ja. So. So, und bitte eb ab. Dankeschön. So, jetzt hier noch das Eisen mitnehmen. Weil momentan können wir es echt sehr, sehr gut gebrauchen. Weil wir haben ja so gut wie kein Eisen momentan. So. Und da noch ein bisschen. Hier und... Da oben, da muss ich mich da drauf stellen. So. Und, dankeschön. Jetzt haben wir wieder 17 Eisen schon. So, ich werde hier mal ganz auf Nummer sicher gehen. Im Normalfall bin ich nicht so, aber nicht, wenn wir so viel Eisen haben. Also, für momentane Verhältnisse ist es so viel. So. Also, dann können wir ein bisschen Cobblestone, ähm, weg, ähm, machen. Oder, ja, weil wir haben eh recht viel. Da oben ist noch Eisen. Da werde ich mich mal ganz schnell mit Erde hochbauen. Und Creeper. Zack, Explosion. Ne, Gott sei Dank nicht. Aber hier gibt es echt. Und ich höre Wölfe. Das ist schön. Mein Gott. Was ist das für ein Erzvorkommen? Das ist ja unnormal. Nein! Nein! So, ich werde mich jetzt hier nochmal schnell rüber bauen. Aber jetzt mal so. Damit es ein bisschen flotter geht. Und ich glaube, da wird ein bisschen mehr Kohle sein als die beiden, oder? Ja, natürlich. Und dahinter noch eins. Ne, gar nicht. Überraschend wenig. Ja gut. Das lohnt sich jetzt nicht wirklich. So, hier. Nimm mit die Erde. Oder, ne, hier haben wir uns ja hochgegaben. Ich werde hier nochmal ein bisschen Erde mitnehmen. Weil man weiß ja nie, wo man sich mal schnell hochbauen möchte. Oder muss. So. Und hier ist Ende. Okay. Damit können wir uns wieder ruhigen Gewissens, wenn wir diese Kohle abgeholt haben, auf dem Weg heim machen. Was auch nochmal ein kleines Abenteuer wird. So. Da hoch. Oder ist hier unten noch was? Nö. Dann schwimmen. Huh. Das ist ein geiler Effekt. Oh, wir schwimmen der Sonne entgegen. Hui. Okay. Bin ja schon ruhig. Ich hab's ja verstanden. So. Ist man nicht an Kanten schneller? Oder so? Vielleicht nicht. Ich glaub, das bild ich mal ein. Hey. Von links nach rechts nach links. Okay. So. Hier ist auf jeden Fall der Rand dieses Schneebioms. Und ich glaub, das schaut auf jeden Fall stark nach unserem Schneebiom aus. Also werde ich das dem auch mal folgen. Und hier sind Hunde. Hunde. Knochen. Haben wir Knochen? Uh, wir haben Knochen. Aber wofür jetzt Hunde? Ist eine bessere Frage. Ja. Hallo. Sind Huskies hier im Winterland. Im Winterwunderland. Oh Gott. Es hätt auch schief gehen können. Ist aber Gott sei Dank. So. Der Pilz. Und der Kohleblock hat sich getarnt. Und der da auch. Aber niemand entgeht meinen Augen. Oh, was sagen. Okay. da ist noch ein bisschen Kohle. Aber ganz ehrlich, wir haben jetzt so genug Kohle. Ich weiß nicht, wann wir die jetzt einmal verbrauchen sollten in nächster Zeit. Aber naja, mitnehmen geht immer. Weil ich meine, man weiß es nicht. Vielleicht haben wir einmal irgendein Projekt vor, für das wir extrem viel Stein zum Beispiel brauchen. und dann schauen wir dumm drein, weil es nichts mehr gibt. Hier auf jeden Fall merke ich mir, bei der Grenze von den Extreme Hills gibt es einige Schafe und Kühe. Die müssten ja auch relativ konstant sein. In den letzten Mal. HÖH! Boah! Alter, hast du mich erschreckt. So. Gut, jetzt hier noch, ich möchte ein bisschen futtern. So. Bisschen umständlich, aber solange es geht. Hier ist Ende im Gelände. Ja, super. Schöner Dreck. Also hüllenmäßig schaut es hier wirklich schlecht aus auf unserer Let's Play Karte. Und nein, ich werde deshalb nicht eine neue Let's Play Welt anfangen, weil warum bitteschön? Ich meine, daran liegt auch ein bisschen der Reiz in Minecraft. Auch wenn einem das Spiel nicht viel bietet, ein bisschen was rausschlagen sollte man immer können. Allein schon wegen der Grundgesetze, da man zum Beispiel sich Kohle und so einfach aus Holz machen kann, wobei Kohle ist jetzt wirklich das gängigste Problem. Also so ist das viel schlimmer momentan. Da ist Kohlen da wie da scheint nichts zu sein. So, komme ich da? Ja, schön, 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 und nein, Mist. Okay, ich werde kein Creeper, danke, schön, ja, schön, gut, hier ist momentan nichts, das heißt, wir werden hier auf jeden Fall das Essen abbauen und noch mehr essen, das ist toll. Und noch mehr. Danke. Hier, die Kohle nehmen wir auch mal schnell mit. Ich werde vielleicht beim nächsten Mal einen Co-Kommentator einladen. Höhle-Position der Höhle aufschreiben und wichtig dazu schreiben, dass das eine Höhle ist. Gut, schreibe ich mal hier auf. Höhle 116 minus 249. Gut. Den Rest des Weges müssen wir jetzt in der Nacht zurücklegen. Puh. Ja, der Atmos-Mod ist schon eine geile Sau. Okay, ich werde vielleicht mir doch meinen Hund aneignen. sehr gut. Komm mit und beschütze mich. Denn ich habe hier keinen blassen Schimmer noch einen Hund. So, mitkommen. Meine Hunde-Armee. 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 Mein Hund! Ach, fick dich doch. Das schaut hier nicht mehr so sumpfig aus. Fuck you! Skelett. Du mieses Schwein, du. Dankeschön. Liebe Hunde. Lasst mich euer Freund sein. Den Creeper werde ich... Nein! So. Mit einer Hunde-Armee macht das Ganze doch schon sehr viel Spaß. ist. Bist du schwer zu bezirzen? Und hier ist noch mal ein Knochen. So. Ich werde jetzt aber diese Hunde-Armee nicht aufs Maximum ausreizen. schüttchen. Von von den Hunde. Von den Hunden glaube ich. So um die Hunde. Die du ähm... zähmen kannst. und die dann trotzdem noch alle folgen nein 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 ich werde mal so in die richtung gehen weil ich glaube schon dass in der richtung unser ziel liegt ja weil ich glaube das war so 130 130 oder irgendwie so oder 160 160 oder sowas in dem rio auf jeden fall so hat er kann unter was erzielen nein auch du scheiße ach du scheiße gleich zwei spinnen nein 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 Shit, shit, shit. Folgender Vorschlag. Ich mache euch jetzt einen Vorschlag. Ich schaue mir an, was wir gehabt haben. Weil die Hunde haben wir sowieso verloren. Ich schaue mir an, was wir gehabt haben. Und das cheate ich mir dann. Ist das ein Angebot? Weil, ganz ehrlich, das wäre so ärgerlich, wenn wir das Ganze von den paar Folgen verloren hätten. Das wäre echt ärgerlich. Ich meine, ich möchte wirklich nicht cheaten, aber... Ja, ich weiß. Aber ich weiß ja auch nicht mehr, wo das genau war. Ich meine, das war, glaube ich, irgendwo 160, 100... Es müsste irgendwo in die Richtung gewesen sein oder so, aber... Bitte tut mir das nicht an. Bitte lasst mich das GR... Mit Too Many Items mir wiederholen, was mir recht mäßig zusteht. Hier... Na, habe ich gar nicht installiert, aber... Bitte, bitte, bitte. Okay. Und mit diesen traurigen Szenen verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Bei... Minecraft. Tschüss. Und vergesst nicht, auf die Frage mit der Playlist zu antworten. Wenn ihr es nicht schon getan habt. Beide deskollerts. Aber iシ Economic Forum. Ich...